Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. 2010 stand Mila Kunis mit Justin Timberlake für eine Romantik-Komödie vor der Kamera. An die Dreharbeiten hat sie jedoch nicht nur gute Erinnerungen. Wenn Mila Kunis, 39, heute an die Dreharbeiten zum Film Freunde mit gewissen Vorzügen mit Justin Timberlake, 41, aus dem Jahr 2010 zurückdenkt, fallen ihr nur diese Worte ein, schlimm. Denn als der Hollywood-Star mit dem einstigen Tenier-Schwarm der Boyband NSYNC auf den Straßen von New York vor der Kamera stand, brach die Hölle los. Mila Kunis, beim Dreh mit Justin Timberlake starten sie tausende von Menschen an. Heute gehört die US-Romantik-Komödie zu den Genre-Lieblingen. Darin spielen Mila Kunis und Justin Timberlake zwei Freunde, Diebeschli. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank!